Wir zeichnen heute den Rahmen für ein geometrisches Zeichenblatt und das unterliegt genauen Vorgaben. Wir haben um das Blatt herum immer 5 mm Abstand und am linken Rand 20 mm, damit wir hier das Blatt lochen können. Strategisch ist es günstig, wenn wir oben zuerst diese waagerechte Linie machen und auch unten die waagerechte Linie. Im oberen Bereich haben wir das Lineal so lange, dass wir hier 5 mm vor Blattende auch gut stoppen können. Das erste was ich tue, ich schaue, dass mein Blatt gut eingespannt ist, hier genau bei 19 cm und dass ich relativ gerade mit meinem Blatt drinnen liege. Ich habe auf meinem Geoboard Markierungen, die mir helfen den Rahmen zu zeichnen, hier bei 18,5 cm, hier bei 0 cm, hier bei 28,7 cm und ganz unten bei 0 cm. Und mit diesen Markierungen werde ich arbeiten. Ich arbeite übrigens, ich muss jetzt meinen Bleistift tauschen, ich arbeite mit dem HP2, das ist mein dickster Bleistift, den ich habe, damit man den Rahmen gut sehen kann. Ich bewege mein Lineal mit meiner roten Markierung zu dieser Markierung am Geoboard zu 28,7 cm. Und dann ziehe ich die waagerechte Linie bis 18,5 cm, von 0 bis 18,5 cm in einem durch. Dann mache ich die untere waagerechte Linie, da muss man aufpassen. Wenn wir hier schauen, bei 0 cm würde ich genau an dieser Klemme vorbei arbeiten. Leider hält hier mein Lineal nicht allzu gut fest. Ich muss hier stabilisieren, hier auch von 0 bis 18,5 cm an der Klemme vorbei. Dann kümmere ich mich um den rechten Rand. Der führt hier bei dieser Markierung bei 18,5 cm senkrecht hinunter. Ich kann auch mein Geoboard drehen. Der rechte Rand führt hier bei 0 cm bei dieser Markierung senkrecht hinunter. Als nächstes muss ich mich um das Schriftfeld kümmern. Hier habe ich von unten gesehen 13 mm plus 13 mm, also 26 mm Abstand von unten und bei 13 mm eine Abgrenzung. Dann brauche ich hier eine Abgrenzung nach 75 mm vom Rand weg. Der Rand ist hier bei 18,5 cm. Wenn ich 7,5 cm wegrechne, dann arbeite ich hier bei 11 cm, um meine Abgrenzung unten zu zu zeichnen. Jetzt brauche ich noch die Hilfslinien für meine Schrift. Die startet 3 mm über dem Rahmen, dann 5 mm für die Schrift und nochmal 2 mm für die Schriften. 3 mm, dann plus 5 sind 8 mm, plus 2 sind 10 mm. Dort werde ich mein Lineal einspannen. Hierbei arbeite ich mit meinem dünsten Bleistift, den ich habe. Es sind ja nur Hilfslinien, den 3H4. So, meine erste Hilfslinien mache ich bei 3 mm, muss ich mit meiner Hand fixieren. Dann plus 5 haben wir gesagt sind 8 mm, plus 2 sind 10 mm, also 1 cm. Hier bin ich bei 13 mm. Hier bin ich bei 13 mm. Wenn ich da 3 dazugebe, bin ich bei 16. Plus 5 sind 21 mm. Plus 2 sind 23 mm. Und damit habe ich auch meine Hilfslinien für den Schriftzug. Ja, was ich mache. Wer ist? Was? 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 Ich mach mich. Was?